Hallo mein Freund, grüß dich, hi. Ich habe gehört, du feierst dein 20-jähriges Jubiläum in Dubai und dazu möchte ich dir natürlich recht herzlich gratulieren, was du wirklich von Null auf dort geschafft hast. Es ist wirklich atmeraubend, du hast dir wirklich ein Imperium aufgebaut mit viel Einsatz, mit viel Fleiß und das ist wirklich klasse und ich hoffe, dass das sich natürlich noch weiter fortsetzen wird und dass du deine selbst gesteckten Ziele dann natürlich auch erreichen wirst. Ich gratuliere dir natürlich zur Business-Seite, aber noch viel mehr zu deiner menschlichen Seite. Wir kennen uns jetzt seit Anfang 2013. Ich habe dich als ganz, ganz tollen Menschen kennengelernt. Du hast mich damals unterstützt bei einem Pferderennen gegen ein Pferd von einem Scheich und hast mir an allen Ecken und Enden weitergeholfen. Ich stand ja noch mit einem Training, du hast Trainingsgruppen für mich organisiert, du hast mir bei der Dubai Rundfahrt Rollen organisiert. Du warst immer da, wie ich gebraucht habe und dafür möchte ich dir auf jeden Fall noch mal danken. Ich hoffe, dass wir weiterhin in Verbindung bleiben werden, auch jetzt, wo ich die Karriere beendet habe. Aber ich glaube, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Unsere Wege haben sich ja im Fahrradbereich schon wieder gekreuzt und das letzte Mal auch bei Marcels Hochzeit. Und ich würde mich einfach freuen, wenn wir auch die nächsten Jahre in Kontakt bleiben würden und uns mal wiedersehen würden. Also lieber, ganz liebe Grüße hier vom Bodensee von der Schweiz und habt eine richtig schöne Feier und bis bald mal wieder. Tschüss, dein Toni.